In dieser Lektion möchte ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Heats Ihren erwachsenen Kundinnen und Kunden näher bringen können. Was Sie dabei stets vor Augen haben sollten, Heats sind keine Zigaretten. Während man bei Zigaretten vor allem von Stärke spricht, benutzen wir für Heats ein anderes Vokabular. Hier sprechen wir stattdessen von Aroma, Körper und Intensität. Nehmen Sie hierzu gerne die Händlermappe in die Hand, um mehr über einzelne Tabakmischungen zu erfahren. Heats sind anders als Zigaretten und so kann es sein, dass jemand, der zuvor eine eher stärkere Zigarettensorte geraucht hat, nun die milden Heats am besten findet. Oder auch andersrum. Was passt, muss jeder für sich selbst beurteilen. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das Konsumverhalten der Heatsverwenderinnen und Verwender. In anderen Märkten haben wir festgestellt, dass sich deren Kaufverhalten von dem von Raucherinnen und Rauchern unterscheidet. Meist werden nicht einzelne Schachteln, sondern mehrere gleichzeitig gekauft. Ganze Gebinde werden sogar fünfmal häufiger gekauft als Einzelpackungen. Achten Sie außerdem darauf, immer genügend Gebinde von jeder Sorte vorrätig zu haben. Denn wenn sich Heats Käuferinnen und Käufer erst einmal auf eine Variante festgelegt haben, besteht in der Regel keine Wechselbereitschaft.